Das Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt hat diese Woche zusammen mit den Partnern aus Frankreich, was Assoziation Guernili ist und zusammen mit dem Partner aus Derbien, Volontarski Center Vojvodine, wir haben zusammen eine trinationale Jugendbegegnung in Nienburg ausgerichtet. Ein wichtiger Bestandteil der Begegnung sind auf jeden Fall die Elemente wie Sprachanimation, wie interkulturelle Einheiten, wo sie sich ihrer Unterschiede und auch ihrer Gemeinsamkeiten bewusst werden und natürlich auch die gemeinsame Arbeit an dem Projekt, was in unserem Fall eben die Kinderbildnis war, wo sie in kleinen Gruppen zusammen ein Dektenhotel gebaut haben, eine Feuerstelle geflastert haben oder Sand geschaufelt haben, ganz einfach. Für mich, die Kinder sind wirklich da, um zu versuchen, etwas zu sehen, um eine kleine Porte, die vielleicht ein bisschen öffnet, wo sie vielleicht ein anderes Weltkrieg finden können. Für mich, das ist auch ein eigenes Arbeit, weil sie auch aus der Bühne kommen, und das kann ihnen vielleicht auch andere Möglichkeiten, wie sie mit den Menschen zu sehen, insbesondere mit den Barschleinigen Barschlein, wo man sich ein bisschen in eine andere Position befinden. Und in meinem Meinung nach, das ist sehr, sehr gut. Und dann, im Zusammenarbeit in der Kulturen, in der Stadt, in der Stadt, haben wir die Möglichkeit, zu arbeiten zusammen, zu tun, 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 zu tun. Und das, ich finde das super positiv. Und hier ist es genial, dass man ein Publik ausreichend ist. Und das, ohne die Finanzierung des Laufrages, wäre es unmöglich. Wir können viel über andere Länder lernen, aber es ist auch so, dass man Menschen mit anderen Menschen und etwas andere Länder lernen. Wir treffen uns Menschen, die hier wirklich adorablen sind, und haben immer die Hoffnung, die anderen zu offerten. und ich finde es wirklich großartig. Und dann haben wir nicht den gleichen Stil der Kultur zwischen den Serben, den Français und den Allemann. Aber wir lernen so viele Dinge über die anderen. Also ich fand das richtig schön, weil ich es total interessant finde, die Serben kennenzulernen und die Franzosen. Man lernt nicht nur neue Menschen kennen, sondern auch gleich noch eine neue Kultur und ein anderes Land und andere Sitten. Man muss auch ein bisschen über sein eigenes Land nachdenken, weil ich eigentlich nur hier lebe und nie darüber nachdenke, was ist typisch Deutsch. Aber wenn ich das gefragt werde, dann muss ich das ja beantworten. Und das fand ich irgendwie auch spannend, mein Land zu zeigen. Ja, trudim sich, dass ich nicht stereotipe gegenüber anderen Ländern und kulturen und dass ich einfach sehe, wenn ich mich mit einem solchen Kultur und der Nation und ich sehe einfach, wie sie sind, was sie wollen und was nicht wollen. Also, wir sind hier in Niemöch, wo es sehr wichtig ist, wo es sehr wichtig ist. Und diese Organisation, wenn es um die Veranstaltungen und die Veranstaltungen und die Veranstaltungen gibt, ist sehr wichtig, also dass wir sicherlich alle fragen, ob wir die Veranstaltungen haben, ob wir die Veranstaltungen haben. Ich habe mit Serdjan gesprochen, und ich habe viele Dinge über Serbien die ich gesehen habe, aber es hat nichts zu tun, zu sprechen mit jemandem, der wirklich sagt, was er denkt, anstatt, dass es nur die Veranstaltungen die man in der Geschichte finden kann. Man will hier eigentlich nicht mehr weg. Also, wenn man einmal hier ist, dann versteht man das eigentlich so am besten. Man will einfach nicht mehr weg, man ist total traurig, wenn es heißt, es geht nach Hause. Und es ist eigentlich total cool hier, auch wenn man so alles besichtigt und andere Länder kennenlernt und kulturen und so. Da, mislim da je veoma bitno za mlade ljudi da učestrije u ovakvim razmenama, zato što oni na taj način mogu dosta naučiti o drugim kulturama. U isto vreme mogu razbiti predrasuda i stereotipe koji vladaju u njihovim zemljama, od tim trećim zemljama, a također mogu pokupiti najbolje stvari iz njihovih kultura i ubaciti ih u neki svoj svakodnevni život. To će im svakokamoći da budu bolje osobe, aber sie können auch viel lernen. Ich denke, dass jeder junge Mensch, die die Möglichkeit haben, muss in diesem Bereich arbeiten. Ich denke, eine internationale Jugendbegegnung ist eine große Chance für junge Menschen, weil sie sich in einem Kontext wiederfinden, in dem sie sich sonst nicht so bewegen. Sie treffen Menschen, die ihr Alter haben, aber aus einem anderen Land kommen, und sie haben einen pedagogischen Rahmen innerhalb dessen sie sich begegnen können. Und sie machen einfach so viele verschiedene Erfahrungen, die ganz wichtig sind für sie selbst und für ihr späteres Leben, dass ich sagen würde, jeder muss einmal in seinem Leben auf einer internationalen Jugendbegegnung gewesen sein, einfach um für sich ganz wichtige Erfahrungen zu machen. Bis zum nächsten Mal.